Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen YouTube-Video. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr ernsten Thema, gefälschten Todesnachrichten. In den letzten Jahren haben sich solche Falschmeldungen leider immer weiter verbreitet, und auch Prominente werden oft Opfer dieser skrupellosen Praktiken. Ein aktuelles Beispiel ist die angebliche Todesnachricht über die bekannte Sängerin Lena Valaitis. Wir möchten heute genauer aufklären, was es mit dieser Falschmeldung auf sich hat und wie man solche gefälschten Nachrichten erkennen kann. Lena Valaitis, eine talentierte und beliebte Sängerin, hat sich über die Jahre einen Namen in der Musikbranche gemacht. Doch in den letzten Tagen kursierten traurige Nachrichten über ihren vermeintlichen Tod. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine gefälschte Todesnachricht. Lena Valaitis ist wohl auf und hat diesen Vorfall bereits öffentlich dementiert. Doch warum werden solche gefälschten Todesnachrichten überhaupt verbreitet? Oftmals stecken dahinter skrupellose Menschen, die aus verschiedenen Gründen Aufmerksamkeit erlangen möchten. Diese Falschmeldungen können sich schnell in den sozialen Medien verbreiten und viele Menschen in Sorge versetzen. Es ist wichtig, solche Nachrichten zu hinterfragen und zu überprüfen, bevor man sie weiter verbreitet. Nun stellt sich die Frage, wie man gefälschte Todesnachrichten erkennen kann. Es gibt einige Anhaltspunkte, die uns helfen können, solche Falschmeldungen zu entlarven. Zunächst sollte man immer die Quelle der Nachricht überprüfen. Sind seriöse Medien oder vertrauenswürdige Personen involviert? Oftmals werden gefälschte Todesnachrichten von unbekannten oder unseriösen Quellen verbreitet. Des Weiteren ist es wichtig, auf den Inhalt der Nachricht zu achten. Oftmals enthalten gefälschte Todesnachrichten keine konkreten Informationen oder sind sehr vage gehalten. Auch die Art und Weise, wie die Nachricht verbreitet wird, kann ein Indiz für ihre Glaubwürdigkeit sein. Wenn sie beispielsweise nur auf einer einzigen Plattform zu finden ist und von keiner weiteren Quelle bestätigt wird, sollte man skeptisch sein. Um gefälschte Todesnachrichten zu stoppen, ist es wichtig, verantwortungsbewusst mit solchen Meldungen umzugehen. Wenn man eine solche Nachricht erhält, sollte man zunächst Ruhe bewahren und sie nicht unüberlegt weiter verbreiten. Stattdessen sollte man die Informationen überprüfen und gegebenenfalls bei vertrauenswürdigen Quellen nachfragen. Auch das Melden solcher Falschmeldungen bei den entsprechenden Plattformen kann dazu beitragen, ihre Verbreitung einzudämmen. Gefälschte Todesnachrichten sind ein ernstes Problem, das nicht nur Prominente, sondern auch deren Familien und Fans belasten kann. Es liegt in unserer Verantwortung, solche Falschmeldungen nicht zu verbreiten und stattdessen auf seriöse Quellen zu setzen. Wir hoffen, dass wir mit diesem Video dazu beitragen konnten, euch für das Thema zu sensibilisieren. Bleibt wachsam und hinterfragt immer die Quellen, bevor ihr Nachrichten weiter verbreitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.